Ja, okay, dann, äh, tschüss. I'll see you later. Also, die Triss Merigold hat hier also ein schönes Kabuff hier in Vysima. Hmm. Hmm. Ich soll mit Menschen sprechen oder mit Leuten sprechen, die mich einst kannten. Und herzlich willkommen im Händlerviertel übrigens. Und im Kapitel 3. Du, stopp! Ja? Dein Pass. Du hast es mit den Passen übergebracht. Kommt an den König. Er hat zurückgebracht? Nein, aber alle neue Edichten bieten seine Seel. Entschuldigung. Ah, verdammt, es ist heiß in diesem Ding. Okay, wollte der nicht meinen Pass sehen? Der hat den jetzt gar nicht verlangt, irgendwie. Naja, gut. Oh, nö, ist das da hinten? Stadtbewohner. Okay, Gott sei Dank. Gott sei Dank. So, Adliger. Hier sind einige Adlige unterwegs. Es ist wunderschön, dass es hier Adlige gibt. Äh, ja. So, Tagebuch. Hier, Quests. Ich habe den Turm schon betreten. Die Quest ist abgeschlossen. Wahrscheinlich, weil ich nicht mit Kalkstein gesprochen habe. Ähm, so. Ein Sarjavet. Und, ja, da, äh, ja, okay. Ein Feudaler Empfang. Neun Narakord. Ähm, die Quelle. Äh. Soll ich vielleicht zum Empfang gehen? Ich weiß es gar nicht. Die Quelle? Ich gehe da einfach mal hin. Also hier, Sensorstandort. Schmied. Kräuterkundler. Ich verfolge das jetzt einfach mal. Ähm. Da hinten in dieser Richtung. Ein Gerberplatz. Ja, genau. Textilverkäufer. Okay. Duty Calls. Duty Calls. Rettung. Okay. Ja. Gut. Dann muss ich da nach hinten. Das sind die drei magischen Sensoren. Was ist das denn überhaupt hier? Salz oder wie? Wenn es regnet, ist alles weg. Wenn es regnet, ist alles weg. Das sage ich euch auch. So, Maribor-Tor. Hat nicht, äh, hat nicht Novi gerade auch ein Maribor-Tor? Nö. Okay, hier kann ich definitiv nicht raus. Das heißt, ich werde, ja, what's that? Hauptsache, der kleine Typ, der kleine Bub hat einen Pass und darf hier ins Händlerviertel. Sowas Uncooles. Tempelzor. Ja, genau. Versteckt eure Frauen, der Hexer kommt. Der Hexer kommt, der wird euch Blagen andrehen. Königlicher Jägersmann. Ei, der Typ. Hi. Skirt ist kramping you? I was ordered back to Vizima. King Faltest is returning soon. In the meantime, I reward those who tend to public nuisances. Public nuisances? Rewarden für Monster. I got anything? Nö. Auf Wiedersehen. Ähm. Ein Ghoul übrigens. Oder ein Aal-Ghoul. Fast. So. Hier. Ähm. Ist das da oben vielleicht? Ich weiß es gar nicht. Kann man in dem Spiel Leitern benutzen? Hallo. Jetzt hier. Da ist er. Rettung. Aber warum heißt das Ding Rettung? Den Typen da hinten lasse ich mal ganz schön beiseite. Ich gehe wieder. Ich gehe wieder. Ich muss mich um andere Dinge kümmern. Händlervierteltor. Ich gehe wieder ins Händlerviertel. Und schaue einfach mal. Wo ich jetzt das dritte aufstellen muss. Infanterist des Ordens. Die üben hier auch. Im Händlerviertel. Ja, ich kenne meinen Platz. Ich zitiere Mons. So. Tempelbezirk-Tor. Tempelbezirk? Da muss ich... Ja, die Pflicht ruft. Duty Calls war auch so ein tolles Spiel. Ja, bin ich jetzt wieder hier. Okay, das heißt ich kann mich jetzt hier frei bewegen. Ich habe jetzt eigentlich nur meinen Wirkungsradius erhöht. Aha. Das sah ich auch immer. Habe ich so einen Stierkopf schon irgendwo gesehen? Hallo, jetzt. Hier. So. Was haben wir denn da? Sagt sie. Was haben wir denn da? So. Der ist da unten, ne? Eingang zur Kalender... Ja, genau. Der ist da unten. Hier ist er. Rettung. Ähm... Dich. So. Jetzt kann ich mit Triss reden. Die Quelle. So. Also, einen... Also, zum letzten Mal. Aber wie? Da war Triss doch gar nicht dabei. Als Yen versucht hat, den... 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 den, äh... Gin zu fangen. War Triss Merigold da auch in dieser Stadt dabei? War Triss Merigold da auch dabei? War Triss Merigold da auch dabei? Ich glaube ja nicht. Also, ich glaube ja wirklich nicht. Da glaube ich wirklich nicht dran. Hm. Hm 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 hm. Weiß ich gar nicht. Ritter Sporn war definitiv dabei. Yen natürlich auch, weil die hat versucht den einzufangen. Geralt war dabei. Aber Triss war doch nicht... Triss war doch überhaupt nicht dabei. Die kann höchstens davon gelesen haben. Sonst war nur ein Kleriker dabei und der Bürgermeister von denen. Hm. Na gut. Die Quelle... Ich muss ohnehin vorher den Empfang machen. Weil dann muss ich eh auch mit Triss danach sprechen. Ähm. Da hinten. Ich schau mal, ob ich da irgendwie reinkomme. Oder ob ich da möglicherweise Textilien mir kaufen muss. Das ist da unten. Anschlagtafel. Okay. Na gut. Dann muss ich da... Da nach hinten. Und mich da runter arbeiten. Und dann schauen, ob ich da reinkomme. Und vielleicht eh ohnehin äh... Vorher noch mit Triss sprechen. Weil ich nämlich äh... Vorher pennen muss, weil das erst abends ist. Das kann gut sein. Ja. Johann Natalis Platz. Ach schön. So viele bekannte Namen. Johann Natalis. Die berühmte Gewinnkarte. Gasthaustür. Es regnet heftig, sagt er. Es regnet heftig. Ja, das äh... Stimmt so. Das kann ich bestätigen. So. Naracord. Neu Naracord. Ähm. Mit wem muss ich sprechen? Wohlhabende Stadtbewohnerin. Rittersporn. Geralt. Ich bin glücklich, dass du hier bist. Ich bin nicht in der Mood für Musik, Dandelion. Wir sprechen später. Geralt. Ich versuche, dass ich für all diese Leute performe, und ich habe nicht meinen Lüt. Dann hast du ein Problem. Geralt. Ehh. Was ist mit deinem Lüt? Hm. Lange Geschichte. Ich erzähle dich über einen Drink? Ja, warum nicht? Well. Geralt. Wenn ich sage, warum nicht? Warum lehnt er das dann ab? Die Übersetzung manchmal. Was ist so Besonderes an dieser Laute? Ist das diese besondere Laute, die er geschenkt bekommen hatte von irgendjemandem mal? Oder kommt das erst später? Ich weiß es nicht. Ich bin verwirrt. Was ist so speziell an diesem Lüt? Es ist der, den ich von Teruvial im Valle der Blumen. Erinnerst du? Ähm. Ähm. Ich erinnere mich nicht. Ich erinnere mich nicht. Geralt, du hast Rittersporn vor dir. Frag den doch. Wegen deiner Persönlichkeit. Es ist eine Quest. Geralt. Ja. Ja. Was ist so speziell an diesem Lüt? Es ist der, den ich von Teruvial bekommen habe. Ja. Ähm. Genau. Das ist die spezielle hier. Genau. Genau. Das war der... Was war das für ein Ding? Ein Satyr? Dieser... 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 Boah. Ich weiß es gar nicht mehr. Wer ist Teruvial? Wer ist Teruvial? Der She-Elf von den Blumen. Sie haben ziemlich viele auf ihrer Nase gemacht, als ihr zwei erst kennengelernt. Wo ist sie jetzt? Ich habe gehört, sie hat die Scoia-Tel. Ich frage mich, ob sie noch leben ist. Ich habe sogar eine Ballade darüber geschrieben. Das... Das war die Geschichte mit dem... Mit dem Satyr. Oder wie auch immer das Ding hieß. Das war die Geschichte. Weil die haben... Geralt hat den dann verschont. Weil die Elfen sich eingemischt haben und die Elfen haben dann Geralt und Erittersporn was geschenkt jeweils, glaube ich. Ich weiß es nicht mehr. Das war die Geschichte. Ähm... Ja, daran erinnere ich mich gut. Ich erinnere mich nicht. Ich erinnere mich nicht. Ich erinnere mich nicht. Ja, brich halt 25 mal das Gespräch ab. Geralt. Ja. Ähm... Ich kann es mir denken, Erittersporn. Okay. Gut. Wohlhabende Stadtbewohnerinnen. Äh... Wo ist denn jetzt der Empfang? Nein. Auch... Äh... Andere. Äh... Äh... Ärztinnen zum Beispiel. Sicherheitswache. Der Typ ist das bestimmt. Ähm... Am Abend also. Natürlich. Ähm... Kellnerin. So. Das heißt, ich kann mich jetzt um... Was anderes momentan. Äh... Quests. Hier. Nein. Auch nicht. Okay. Das heißt, ich gehe zu Triss. Erzähle Triss, dass ich die alle montiert habe. Und dann... Werde ich mich ausruhen bis abends. Und dann gehe ich auf den Empfang. So rum wird ein Schuh draus. So. Ähm... Triss. Warte mal. Ich muss mir Triss markieren. Ich muss Triss markieren. Und dann... Pinkeln sie an, ne? Kitt, kitt. So. Ähm... Stell dir vor... Stell dir immer vor, dass... Jemand... Jemand macht dann... Es... Es gibt Leute, die das machen, ne? Achso. Ähm... Wie komme ich jetzt in Triss raus rein? Ach hier. Durch die Tür wahrscheinlich. So. Ja. Quite a dangerous one. Das ist absolut korrekt. Und äh... Ist halt auch wirklich so. Triss ist wahrscheinlich oben. Ich geh mal nach oben. Ich schau mal oben. Oben, oben, oben. Oben ohne. Triss Merigold. Hallo, halbnackte Frau. Ähm, hier. Ja. Ähm, hier. Ähm. Hush. We must have immense powers. Elder blood must course through his veins. Elder blood? The gift of Lara. We must rein in Alvin's destructive abilities. Hurry. Fetch him from the hospital. I'll see what I can do. Will they let me take him? Not readily. Uhhm. Your friend Shani refuses to hand him over. She has no idea what the entire city faces if he spins out of control. I don't know how to talk to her. She's your friend. Es gibt noch andere Kinder des älteren Blutes außer Ciri? Das glaube ich dir nicht. Äh, ausruhen. Ich ruhe mich hier aus. Ähm, bis Sonnenuntergang. Und dann, so. Und dann gehe ich auf den Empfang. So, hier, ähm, da war die Treppe, ne? Jo, hier, Treppe nach unten. Hallo, jetzt, jetzt geht er runter. So, hier, Ausgang. Da klatschen sie, da klatschen sie alle miteinander, wie im Musikantenstadel, da, 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 da. So, ich, ähm, ja, ich bin krank. Der Mann hat gefragt, ob ich krank bin, offenbar, ja. Ja, genau. Ja, genau. Wir entführen Kinder. Niemand kann sagen, dass ich mit Geistern entführen kann. Mhm, genau. Wir entführen Kinder. Was anderes wollen wir gar nicht. Ähm. Was ist das denn? Was ist das für eine komische Kamerafahrt? Was ist das, Patrick von Weizel? A Witcher? They said your kind was extinct. Very nearly. I'm Geralt. I'd rather not reveal my true name, my nightly vows. If you wish, you may call me Patrick de Waze. Of the, uh, Flaming Rose. Indeed, I'm a member. Perhaps you could lend me some assistance. With what? My sister. Will you hear her story? One day we found her unconscious in bed. Blood trickled from fang marks on her neck. We had no doubts. A vampire. Fang marks don't necessarily mean a vampire. These clearly did. For after a time, my sister disappeared. She must have been transformed and then escaped. If she is a vampire, I'll have to. Above all, I would like you to find her. Confirm our suspicions. Vampire, Vampirbisse verwandeln keine Menschen in Vampire. Aber okay, kennst du Siegfried? Do you know one Siegfried of Danale? Indeed. What news of him? He is due to be promoted. In fact, he possibly has been already. I don't know. We never speak. Can you tell me why? He is transformed since the swamp. I said to him, Honorable Siegfried, I congratulate you. Your honor and faith vanquished the pagan rabble. He gazed upon me strangely, saying, Honorable? Perhaps. Honor and faith? Certainly not. We were victorious, for they were hungry and poorly armed. A bit of blood and he has forgotten all about honor. He should follow his father's example. Where can I find him? His father? Dead. Purportedly torn apart by a manticore. I meant Siegfried. He trains recruits in front of the orders seat in the temple quarter. Der Siegfried wird mir immer sympathischer. So, Treppe zur oberen Etage. Ich gehe da mal hoch zum Empfang. So, guten Tag. Everybody knows, Elves are scum. I run into one. I have him sealed. He's liable to enjoy your family. Stasträte. Wohlhabender Kaufmann. Aha, Sicherheitswache. Interessant. Flötenspieler. Triss. Geheimnisvolle Art, Liga. Triss ist auch da. Ich teile seine Begeisterung. Die Klandolwaden. Geheimnisvolle Art, Liga. Geheimnisvolle Art, Liga.